so damit hallo und herzlich willkommen zurück bei planet crafter wir wollten heute ein bisschen ausbauen dafür schnapp ich mir mal sehr sehr viel eisen erst mal fundamente ich würde sagen wir setzen das war falsch ich dachte die sind ja jetzt schon angesetzt so war es aber auch nach möglichkeit würde ich einmal komplett noch mal außen rum ziehen und dann würde ich gerne in richtung einer zweiten etage vorankommen dafür und dafür brauchen wir auch titan das problem ist wir haben aktuell nicht so viel davon und dann würde ich fast eher erst hier oben ansetzen wie ist das jetzt eigentlich mit dem biodom den wollten wir sowieso machen zwei kobalt ein aluminium und die drei super legierungen haben wir schon gemacht zwei kobalt ein aluminium ist auch das letzte und unsere drei super legierungen kann ich aber ich habe den samen vergessen kann ich das hier an das haus ansetzen das wäre halt voll cool eine nilirma samen und einmal was drinnen ich glaube grundsätzlich geht das will ich das daran ansetzen ich meine wir werden ja ja doch eigentlich schon wir werden in die andere richtung bauen dann würde ich nämlich da die können ja inzwischen auch so eine treppe bauen also so ein leiter ein kobalt dann würde ich nämlich schauen dass wir hier hochkommen ja geil wir werden hier noch viel mehr freischalten stoff stoff wird noch ein bisschen dauern hochwertiges essen stellt viel gesundheit wieder her geil bienenstock schmännerlingskuppel ui 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 ja sehr cool dann können wir jetzt den rest nehmen und hier außen rum noch ein paar wohnmodule hinsetzen so unten können wir dann auch gerne ansetzen und wir sind klärt ähm mega cool gut dass man da so ein bisschen durchschauen kann finde ich jetzt nie so cool wir können halt auch viel mit glas noch machen und ich meine bei den wohnmodulen kam noch was mit einer mit einer runden ecke oh wasser sammler haben wir auch bald hätte ich auch gerne geht es hier irgendwo mal mit dem wohnmodule weiter mhm ne sieh mal da vielleicht oben was schalten wir das hier frei es wird auf jeden fall noch sehr sehr viel vor uns liegen wie kriegen wir g frage ich mich okay da kommt halt noch unheimlich viel wasserfilter direkt aus seentrinken also kommen auch noch sehen osniumstab baumverteiler leiterplatten leiterplatten mutagen stufe 3 klar portalgenerator tschüss also kommt auf jeden fall noch ziemlich viel geiler scheiß auf uns zu rucksack stufe 5 bei 5 millionen ti äh ich warte mal ganz kurz den wassersammler ab weil dann brauchen wir einfach nie wieder eis sammeln und So, Regen? Geil. Die Computer würde ich gerne hier hoch umziehen lassen. Auch gerne oben mit Fenstern. Eisen und Kobalt. Ich habe keinen Eisen mehr, ne? Doch, bisher noch. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir hier die Bildschirme, die aktuell hier unten hängen hin. Das Glas kommt irgendwann raus, aber nicht jetzt. So, dann bauen wir das Ganze hier wieder auf. Ähm, das ist einer von den Großen. Praktisch unten die Kante und da die Kante. Ich sehe, dass sie auf einer Höhe sind. Äh. Unten die Kante. Hier die Kante. Ja, ist egal. Passt schon. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir... ...das hier mittig. ...Energieverbrauch. Und Bildschirmbaupläne. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es wird bestimmt noch ein Vierter dazu kommen. Das ist voll cool. Die Inneren könnten wir rein theoretisch eigentlich auch alle zu Glas machen. Das wäre... ...sehr geil. Okay, wir brauchen Eisen und wir brauchen Kobalt. Voll cool. So, als erstes würde ich jetzt aber gerne das Ding bauen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine super Legierung. Wir haben kein Aluminium mehr. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen was farmen. Ein bisschen was trinken. Habe ich noch Eis? Ja. Dann nehmen wir uns direkt wieder eine Flasche mit. Ein Erzextraktor. Auch super geil. Die Aubergine haue ich mir mal rein. Also Aluminium. Gerne auch ein bisschen Titan. Eigentlich tatsächlich von allem so ein bisschen was. Wir fahren einfach mal alles. So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. Hauptsächlich Aluminium. Das ist nämlich her. jetzt haben wir zwar aktuell noch ein bisschen was aber wir wollen ja schließlich noch ein bisschen was aufbauen ich habe die befürchtung dass es irgendwann wenn es warm genug ist zumindest an der oberfläche einfach kein eis mehr gibt ich weiß es zwar nicht aber es ist halt irgendwie zwei sachen können wir mitnehmen vorzugsweise eisen und titan und dann düsen wir zurück und endlich haben wir auch mal wieder musik und wir können jetzt schauen ob wir in den einen turm reinkommen ob da oben irgendwie ein eingang war den hatte ich schon wieder total vergessen und wir sind inzwischen bei einer millionen terraform index punkten der schaut schon ziemlich cool aus das heißt wir müssten hier dann war einmal außen rum kommen eigentlich noch mal eine reihe gebäude mäßig anbauen also wir brauchen eine super legion ich gehe dafür jetzt trotzdem erstmal alles ab und macht die super legierung und dann nehmen wir uns das was wir noch brauchen einfach wieder raus oder machen das alles irgendwie in einem aufrutschen geht ja auch also brauchen die super legierung und eigentlich alles nochmal alles außer titan 12 12 12 12 12 12 12 12 eine super legierung oh warte mal das ding wird halt das wird halt mit sicherheit ähm auch wieder strom brauchen und in der größe wahrscheinlich nicht gerade wenig aber wir kriegen jetzt wasser geil aha ich freue mich ähm ich nehme mal eisen und titan einfach direkt wieder alles mit das verwursten wir auch direkt wieder wir können ja jederzeit einfach wieder farmen da haben wir nämlich am schluss um dieses dom einfach mal einen kompletten rundgang hier drüben kommen wir schon mal wieder raus und hier kommen wir halt einmal schon fast komplett außen rum das innere wie gesagt machen wir dann alles aus glas oh es regnet gerade geil das ist schon cool oh ich liebe dieses spiel jetzt schon auf eine ganz ganz seltsame art das hier könnte man jetzt eigentlich auch alles irgendwie verschieben jetzt haben wir da mehr platz wobei es würde fast eher nach oben passen zum äh zum zum biodom was haben wir denn noch an samen der kürbis bringt halt mehr ne das muss mit ins biodom finde ich so hier mittig auf das ding kriegen wir hier vielleicht sogar vier stück hin was brauchen wir dafür noch ich habe kein eisen mehr ähm ich gehe mal ganz schnell irgendwo ein eisen besorgen boah wie geil ich liebe regen also wirklich regen ist generell was sehr sehr schönes ähm eisen 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 war nicht hier noch ein bisschen was titanium war auch mit nee ich will eisen hier haben wir noch ein eisen und noch eins dann schwebe ich mal zurück da haben wir nämlich gleich noch mehr nahrung ja ich habe nämlich keinen sauerstoff dabei auch mit der kuppel oben die so raus schaut ist schon irgendwie ganz cool so dann basteln wir da einfach direkt noch so ein teil hin ach aluminium habe ich noch aluminium bitte sagt dass ich noch eins habe das letzte müssen wir auch wieder fahren wir müssen alles wieder fahren und das ist zu eng Mist jetzt will ich aber halt trotzdem vier stück haben so 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 und das letzte also es ist jetzt nicht ganz in der mitte also rein räumlich gesehen ist aber egal finde ich jetzt ehrlich gesagt ähm überhaupt nicht schlimm dann haben wir aber hier auf jeden fall alle unsere Samen verbraucht ich fresse nicht ok ich kann wenn ich zu voll bin ist er das nicht mal mehr auch cool sofort Schritt war hier vorne wie schaut es aus aha aha es ist halt heftig am regnen der Regen ist fast ein bisschen laut aber nur ein bisschen ist nicht so schlimm haben wir hier schon wasser drin ich meine es regnet wir sollten wasser drin haben voll geil gut wir sollten warte erst möchte ich sicherheitshalber nochmal sauerstoff mitnehmen ich glaube da haben wir hier noch eine drin nicht mehr ok dann nehmen wir uns schnell eine mit und dann würde ich gerne da vorne mal reingucken Gott der Regen ist wirklich sehr laut ist hier irgendwas drin nein es war eine Finte oh man das ist enttäuschend ich finde ich farme aber dann eher da drüben und damit wir auch Aluminium bekommen das wäre nämlich aktuell schon wichtig wir könnten auch mal gucken ob wir von der Temperatur inzwischen so weit sind dass in der Iridiumhöhle vielleicht das Eis geschmolzen ist oh dankeschön da sag ich doch nicht nein so Eisen sehr gerne Eisen nehme ich auch nochmal mit Silizium weiß ich jetzt nicht so äh ok da macht Platz da nehmen wir es halt mal mit da nehme ich auch nochmal Kobalt mit und Eis und nochmal Kobalt und dann fliegen wir gleich zurück weil ich glaube nach dem hier spätestens sind wir voll oder? oder oder auch nicht so kann man sich täuschen und ich will dann noch dahinter ich weiß bloß nicht ob das jetzt aktuell schon ich sag mal der passende Zeitpunkt dafür ist wahrscheinlich nehme ich eher noch nicht warum nehme ich überhaupt noch Eis mit? ich würde glaube ich unseren Eisschrank einfach voll machen und nichts davon zu Wasser verarbeiten weil wir Wasser halt jetzt anderweitig bekommen und das dann nur so in weiser Voraussicht falls wir Eis nochmal für irgendwelche Baurezepte brauchen generell könnten wir aber auch in weiser Voraussicht ähm einfach mal alle Schränke füllen ne wäre denke ich auch nicht verkehrt also Magnesium hat aber auch nicht mehr viel und das heißt wir sollten vielleicht noch schnell ein bisschen Magnesium sammeln vorher ich geh immer in das scheiß Menü vorher war das nicht bei 100? also müsste das müsste das jetzt nicht geschmolzen sein wir können da mal hingucken und auf dem Weg nehmen wir halt Magnesium mit wenigstens ein bisschen mhm mhm und wir bräuchten auch nochmal Stoff für die nächst besseren Schuhe so die Höhle war doch irgendwo hier hier ach das ist nicht bei 100 100 NK habe ich mich jetzt verguckt oh ärgerlich sehr sehr ärgerlich so ärgerlich dass wir jetzt einfach nochmal Rohstoffe einfach mitnehmen so sehr ärgere ich mich gerade so sehr ärgere ich mich gerade Eisen und Titanen Dankeschön, Dankeschön Dankeschön mhm wieder einfach von allem ein bisschen was was ich habe Sauerstoff mitgenommen oder? sag mir dass ich diesmal schlau genug war so ja baller ich mir gleich rein dann machen wir das Inventar voll und hauen wieder ab 100 NK ich dachte stand das nicht gerade da? haben wir nicht 100 NK? hm hm ich guck gleich ich guck gleich so ein bisschen kobalt auch wieder so ein bisschen kobalt auch wieder für die Fensterchen hm 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 auch schön wie wir die Fenster schon vom weiten leuchten sehen alles toll say generell die Aussicht so mit dem Planeten im Hintergrund Und das hat einfach viel Schönes. Hallo Schatz, ich bin zu Hause. Schade eigentlich, dass man hier nicht irgendwie irgendwas hat, was zu Hause auf einen wartet. So, Kobalt. Und Silizium. Und Eis. Dann schaue ich jetzt trotzdem nochmal um. 100 NK. Ja, haben wir doch schon. Wir sind sogar bei 200 NK. Okay. Das ist komisch. Sollte also eigentlich schon längst am Start sein. Ja, Rucksack. Das dauert noch ein bisschen. Dafür müssen wir sehr viel mehr Terraformen. Von den Pflanzenröhren könnten wir halt noch ein paar bauen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall mehr Sauerstoff. Wobei das denn hier auch geil wäre. Biodom bringt schon sehr viel Sauerstoff. Was brauchen wir denn für den Herzextraktor? Aber Osmium. Osmium haben wir nicht. Schlecht. Den Rest würden wir wahrscheinlich hinkriegen. Wobei ich glaube, wir haben auch kein nicht mehr ausreichend Iridium. Wir müssten mal irgendwie noch eine Höhle finden. Und das hier könnten wir hinkriegen. Beschleunigen den Terraforming-Prozess erheblich, indem Raketen in den Weltraum geschickt werden. Energie minus 55. Muss ich dann auch Raketen selber bauen? Okay, die Energie würde nicht ganz reichen. Dann brauchen wir hierfür drei Superlegierungen. Eins, zwei, drei. 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 Haben wir halt aktuell nichts vorrätig. Dann drei Titanen, drei Eisen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Strom. Aktuell wäre das hier, glaube ich. Na, ich baue das Ding erstmal hin. Jau. Auf. Ähm. Wir brauchen... ...ein Eisen, ein Magnesium. Ich versuche mal zwei. Zwei Eisen. Zwei Magnesium. Zwei Silizium. Zwei Aluminium. Und vier Kobalt. Wir müssen halt schauen, dass wir das nächste... ...Kraftwerk demnächst bauen. Schießt das Ding jetzt einfach Raketen in die Luft? Oder muss ich da auch erst... ...tätig werden? Warte, ich brauche Wasser. Ich muss mal mal trinken. Zeige ich mal her hier. Ach, der Rüdenanziehungsrakete. Okay. Zieht Uran-Asterüden an. Okay. Zieht Iridium. Wir brauchen halt unheimlich viel Superlegierung... ... und Raketentriebwerke. Die Raketentriebwerke, die sind... ...halt auch nicht so sonderlich günstig, ne? Die allein brauchen ja, glaube ich, schon Superlegierung. Vor allem brauchen sie Iridiumstab und Uran, was ich halt beides nicht habe. Ja gut. Das schauen wir uns mal an. Dann würde ich sagen, für heute wäre es das gewesen. Ich beende einfach mal hier, weil ich das hier schön finde. Für heute wäre es das gewesen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und tschüssigowski. Ciao, ciao. ear mantra 2 1 2 3 2 3 2 Bis zum nächsten Mal.